Es braucht eigentlich keine neue Zeit und auch keine neue Männlichkeit. Es ist alles schon da. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Conscious Love – Bewusst im Gespräch. Dein Podcast für mehr Bewusstsein, innere Heilung und Partnerschaft, denn du verdienst mehr als dir der Mainstream zu bieten hat. Falls du Conscious Love Dating noch nicht kennst, wir sind die führende und erste Kontaktbörse für bewusste und aufgewachte Menschen. Schau auch du vorbei und verbinde dich mit weiteren Freunden oder finde deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin für die neue Zeit. Ja, schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ich bin der Thomas und ich spreche heute mit Patrick Schönerstedt von Blaupause TV. Lieber Patrick, herzlich willkommen in meiner Show. Servus, Thomas, grüße dich und grüße an alle Zuschauer, Zuhörer und vielen Dank für die Einladung. Wunderbar, sehr, sehr gerne. Es ist eine große Freude, dich heute dabei zu haben. Ja, Patrick, du bist der Gründer, Moderator von Blaupause TV. Das ist ein Online-Portal mit Daily News, mit Videos, mit einem eigenen Podcast, den du auch machst und vielen, vielen mehr. Ja, du sprichst dort auch über Freiheit, Wahrheit und du setzt dich auch für die, ja, ich sage mal, für die neue Zeit ein und führst, so wie ich dich wahrgenommen habe, aus der Online-Welt ein sehr, sehr authentisches, sehr ehrliches Leben mit dir selbst, also auch mit deinem Umfeld und mit deinen Mitmenschen. Und du sprichst auch viel über, was gerade in der Welt passiert. Und ich möchte ein Thema rausnehmen, was eben für meinen Podcast, für meine Zuhörer sehr relevant ist und das ist das Thema Männlichkeit. Und ich möchte mit dir dann eben über das Thema Männlichkeit der neuen Zeit sprechen. Was heißt das? Was ist die natürliche Entwicklung des Geschlechts Mann versus dem Gender Wahn, den wir in der Gesellschaft gerade sehen? Ja, und da möchte ich mit der Frage einsteigen, was beobachtest du dort, was hier gerade gesellschaftspolitisch passiert? Eigentlich wundert es mich schon. Dieses Thema ist ja sehr aktuell. Überall ploppen auch Videos zu diesem Thema. Auch viele fühlen sich auch berufen, dazu was zu sagen. Danke, dass du mich da einstufst, dass ich dazu was sagen kann. Schlussendlich, klar, ich beschäftige mich natürlich mit dem Thema erstens aus sehr einfachem Grund, weil ich selber ja ein Mann bin. Ich selber nehme das dann draußen natürlich auch als Wahnsinn wahr, aber kann eigentlich da nicht allzu viel dazu sagen, weil ich mich, ehrlich gesagt, mit dieser Agenda nicht beschäftige. Vielmehr mit den Auswirkungen dieser Agenda, die es sozusagen mit den Männern macht, aber auch mit den Frauen. Das sind ja beide Geschlechter, die hier angesprochen sind. Und vielleicht eins vorweg, wenn ich über Männlichkeit spreche, über Maskulinität spreche, auch in diesem Video, dann geht es vordergründig um die biologischen Eigenschaften. Natürlich sind die immer ergänzbar und stehen auch nicht im Widerspruch zu spirituellen Ansichten oder anderen Ideologien im eigentlichen Sinne. Jeder muss am Ende das natürlich leben für sich, wie er das für richtig hält. Sein Glauben oder eben halt seine Ideologie mit 50 Geschlechtern, was auch immer. Das muss jeder für sich letzten Endes entscheiden. Das ist eine freie Gesellschaft und die Freiheit haben wir ja, das anzunehmen, was uns aufdoktriniert wird oder es eben abzulehnen oder idealerweise uns unsere eigenen Gedanken zu machen. Genau. Das ist auch der Grund für Blaupause TV letzten Endes. Ich möchte da meine Sichtweise der Dinge darstellen, wie ich die Welt sehe, wie ich sie wahrnehme, wie meine Meinung vielleicht zu dem ein oder anderen Thema ist. Und es ist durchaus so, dass das doch den einen oder anderen interessiert. Männlichkeit auch in der neuen Zeit, das ist ein schwieriges Thema. Ich sage dir auch, wieso? Weil es braucht eigentlich keine neue Zeit und auch keine neue Männlichkeit. Das ist alles schon da und das seit Tausenden, vielleicht sogar Jahrhunderten oder Jahrmillionen Jahren. Wir lassen uns nur allzu leicht eben in gewisse Spiele rein treiben, die uns weismachen wollen, dass es eine andere Sichtweise gibt oder dass es Unterschiede gibt oder eben halt 30 Geschlechter und jeder darf sich wahrnehmen, wie er möchte und so weiter und so fort. Am Ende geht es ja eigentlich darum, eine Balance für sich zu finden und die Polarität wiederherzustellen. Das spreche ich sehr oft an in den Videos, gerade wenn es um das Thema Mann, Frau oder eigentlich ist ja weiblich, männlich, ja, das Thema, spreche ich das sehr oft an, dass diese beiden Polaritäten vonstatten sein oder da sein müssen, weil nur sonst, nur so erzielst du eine Balance, ja, wenn beide ihre Pole leben. Das geschieht aber in unserer Welt nicht mehr und das geschieht schon sehr lange nicht mehr, ja. Möchte ich nicht zurück ins Patriarchat, ja, wo ich sage, die Frau wird unterdrückt oder sonst irgendwas, sondern mein Anliegen ist eigentlich die Männer wieder in ihre Kraft zu bringen oder meine Ideen dazu vermitteln. Es ist, der Großteil, das kann ich auch offen sagen, ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen, aber ich habe mich halt sehr lange damit beschäftigt und stimme in vielen Meinungen überein und natürlich auch die Frauen wieder in ihre wirkliche Weiblichkeit zu bringen. Denn das grundsätzliche Ziel, du hast es von vornherein angesprochen, ist ja Freiheit. Freiheit. Wie erlangen wir Freiheit? Indem wir wehrhafte Männer haben. Indem wir Männer haben, die von sinnlichen Frauen unterstützt werden, ja, wo diese Hingabe auch da ist und all diese Themen. Es ist gar nicht so einfach und das merkst du vielleicht auch gerade, in dieses Thema wirklich auf den Punkt einzusteigen und zu sagen, so, das ist es jetzt und darum geht es und mache dies und dies und dann hast du das und das Ergebnis. Jeder muss für sich erstmal rausfinden, was will ich eigentlich im Leben? Ja, was habe ich schon? Wo will ich hin? Gibt es da Barrieren? Und dann kommt auf diese Themen, wo wir über Business sprechen können, Mindset sprechen können. Lebst du überhaupt deine Natur, dein wahres Naturell? Ja, bist du ein spiritueller Mensch oder bist du rein materialistisch geprägt oder nimmst du beides in deine Welt mit auf und integrierst es in diese Dinge? Und da fühle ich mich sehr wohl berufen, darüber zu sprechen. Ich weiß sehr wohl, ich habe jetzt deine Frage nicht wirklich beantwortet, aber ich glaube, wir werden im Laufe des Gesprächs sehr wohl auch auf diese Frage wieder zurückkommen und dementsprechend dann auch hoffentlich eine Antwort für den einen oder anderen finden. Ja, nein, finde ich sehr gut, dass du das Feld breit machst und nicht einfach mit einer vorgefertigten Antwort reinspringst. Das ist ja auch diese Authentizität, die wir leben dürfen. Aber was ich mich oft frage, es wird ja versucht von der, also wie du sagst, eigentlich brauchen wir das gar nicht, sondern wir haben das ja und es wird halt so gefühlt von dem gesellschaftlichen Narrativ, versuch das alles zu verdrehen. Und dann beobachte ich halt, dass viele Menschen, Männer und Frauen eben unsicher werden. Ja, was heißt das eigentlich jetzt Mann zu sein? Was heißt das eigentlich Frau zu sein? Und dann entsteht dadurch ja eigentlich dieser Verlust, dieser Polarität. Und vielleicht ist das ein guter Aufhänger, dass wir in die Polarität reingehen und uns das ein bisschen genauer anschauen. Was heißt das denn für dich genau, diese Polarität? Wie sieht das im Idealfall aus zwischen Mann und Frau? Jeder kennt das ja. Gegensätze ziehen sich an. So, wenn du jetzt unglücklich bist mit deiner Partnerschaft oder idealer oder vielleicht gar keine hast oder eben halt das verbessern möchtest oder spürst, du bist zu sehr im Alltag, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du eben diese Polarität nicht lebst. Deine Partnerin dann vermutlich auch nicht. Das heißt, wir brauchen wieder diese Gegensätze. Und die sind natürlicherweise da. Denn ich bin ein Mann und das Gegenüber ist eine Frau. Wir sind nicht gleich. Wir sind weder biologisch gleich noch ticken wir gleich. Unser Hormonhaushalt ist nicht gleich. Unsere Denkweise ist nicht gleich. Unser Emotionalkörper ist nicht gleich. Unsere Art und Weise, wie wir Gefühle wahrnehmen, ist nicht gleich. Unser strukturiertes Denken ist nicht gleich. Und, und, und. Unsere Geschlechter sind nicht gleich. Ja? Wir haben also offensichtliche Unterschiede. Was die Gesellschaft versucht, ist aber diese Unterschiede zu nivellieren und sie uns gleich zu machen und zu sagen, es ist alles gleich. Natürlich ist Mann und Frau immer auf Augenhöhe. Ja? Das möchte ich hier betonen. Es geht nicht um Unterdrückung. Aber es geht aber auch um eine gesunde Maskulinität. Es geht auch bei der Frau um eine gesunde Form der Hingabe, ja, zu ihrem Mann. Auch des Aufsehens, des Hochschauens. Nicht auf Körpergröße oder in irgendeiner Art und Weise auf ein Thema der Intelligenz begrenzt oder Geld verdient, was auch immer. Sondern diese Natürlichkeit der Polarität wieder zu leben. Was passiert denn dabei? Es entsteht automatisch wieder Anziehung. Und das ist das, was eben nicht gemacht wird. Oder das ist eben das, wo sich viele haben verleiten lassen in andere Ideologien. Da geht es dann um das Thema Toleranz. Wir müssen alle tolerant sein, Minderheiten und so weiter. Natürlich sind wir tolerante Menschen. Natürlich müssen oder können Minderheiten geschützt werden. Aber auch nicht in dem Übermaße, wie die normale Gesellschaften geschützt werden dürfen. Es kann ja also nicht sein, dass wenige vielen etwas überstülten. Das ist das, was ich kritisiere daran. Ansonsten darf ja jeder glauben, was er möchte. Und wenn er meint, er hat drei Geschlechter und darf sie sich fünfmal im Jahr aussuchen, soll er machen, solange es mich ja nicht tangiert. Mein Weg ist es nicht. Mein Weg ist eher, und das ist etwas, was auch mit Business zu tun hat, auch mit Lebensplanung zu tun hat, auch etwas überhaupt, wie ich mein Leben lebe, in der Zufriedenheit auch als Mann leben möchte, dass ich mich um diese Attribute bemühe, die aus meiner Sicht eben ein maskuliner Mann generell haben darf und vielleicht sogar auch sollte. Ich mache es mal kurz. Widerstandsfähigkeit, Rückgrat, Ehre, Kodex, eine klare Ansage. Ein Mann, ein Wort. Ich spreche natürlich jetzt in dieser Sendung vermutlich vermehrt aus Sicht eines Mannes. Die Sache liegt ja nahe. Das sind Eigenschaften, die durchaus Männer auch haben dürfen. Es geht also nicht unbedingt nur um eine körperliche Präsenz, wobei die natürlich auch eine Rolle spielt. Aber es hat nicht viel mit Körpergröße oder Muskulität zu tun. Es ist etwas, wie denke ich? Wie fühle ich? Und wie lebe ich diese Attribute? Ja? Bin ich authentisch? Ja? Bin ich in der Wahrheit? Was immer das auch bedeuten mag, lebe ich das? Stehe ich zu dem, was ich sage, auch wenn es vielleicht polarisiert oder vielen nicht gefällt? Bin ich in der Lage, es zu kommunizieren? Oder bin ich ständig abgelenkt? Bin ich jemand, der sagt, jetzt habe ich drei, vier, fünf, sechs kritische Kommentare bekommen auf dem Video. Vielleicht nehme ich es lieber wieder raus. Oder habe ich das Rückgrat? Ja? Und zu sagen, nein, das ist meine Meinung. Zu der stehe ich auch. Und ich erlebe das in unserer Gesellschaft, dass eben viele Männer zu Pantoffeltierchen sich haben erziehen lassen. Nicht mal freiwillig oft. Und oft ist das ein schleichender Prozess. Ich möchte betonen, dass ich hier niemanden angreifen möchte. Also wenn jetzt jemand das fühlt oder spürt, ja, da gehe ich in Resonanz mit und das gefällt mir nicht. Ja gut, kann man vielleicht mal genauer hingucken. Mein Ziel ist aber nicht, jemanden anzugreifen, sondern vielmehr aufzuzeigen, wenn du unzufrieden bist in deinem Leben, Dinge erreichen möchtest in deinem Leben, egal was es ist, dann arbeite an den Grundbausteinen, die das Leben dir mitgegeben hat. Und baue die aus. Baue deine Fähigkeiten aus. Baue deinen Charakter aus. Dein Wissen, dein Business, dein Körper, all das, ja, auch dein Bewusstsein. Ja, es ist ja, hat ja was mit Wachstum zu tun. Und in allen Bereichen dürfen wir wachsen und wieder Werte entwickeln, die uns natürlich dann als Mann auch attraktiv für Frauen machen. Und zwar die Frauen, die die Polarität leben. Und nicht die, die sagen, ich möchte ein Pantoffeltier, ich möchte die Hosen anhaben und so weiter und so fort, ja. Ja, das gibt's ja auch. Wo das wieder vorprogrammiert ist, wo das ein halbes Jahr gut funktioniert und dann stellt man im Alltag doch wieder fest, nee, war es doch nicht. Ja. Zwei Sachen, die mir dazu einfallen, das eine ist, das, was du beschrieben hast, aus meiner Erfahrung erfordert, das auch viel Mut, zu sich zu stehen, ja, auch anzuecken, sagen, okay, das ist meine Ansicht, das ist mein Ding, das ist mein Weg, das mache ich jetzt. Das ist ein mutiger Weg. Ich habe das auch, ja, selbst erlebt mit der Plattform nicht aufbauen, mit dem, ja, dem, was sich dort betreibt, mit dem Business dahinter und so weiter. Da kommt immer wieder sehr viel Gegenwind. Da musst du stehen bleiben können, ja. Und ich beobachte auch eben vielen, ist dann so, wenn sie irgendwo anfangen anzuecken, das ist dann so unangenehm und das triggert so diesen Impuls, na gut, ich will sie irgendwie allen recht machen, ich will ja ein braver Junge sein, ja, und dann kuschen die schon davon. Und denkst du, das ist auch so Teil dieser Erziehung und dieser gesellschaftlichen Prägung oder ist das einfach so ein Sozialverhalten, was uns eigentlich aus diesem Überlebenstrieb gegeben ist, sozusagen, ja, ich will ja nicht anecken, um nicht allein zu sein, um dann allein zu verhungern oder so. Ja, ja, bleiben wir mal bei dem Thema Überleben. Das wirst du freilich mit Nettigkeiten nicht hinbekommen und als allen recht machen oder sowas. Wenn du in einer echten Gefahrensituation bist oder sowas, dann gehört es dazu, auch zu sagen, so, hier stehe ich, hier bleibe ich jetzt stehen, rechne mit den Konsequenzen. Wenn du mich angreifst, erlebst du die Konsequenzen. Unabhängig jetzt davon, wie das möglicherweise ausgeht. Aber alleine mal schon die Tatsache für sich in Kauf zu nehmen und zu sagen, diese Wehrhaftigkeit und die Standhaftigkeit auch zu haben. So, ich stehe jetzt hier, ja, und die Konsequenz, wenn du nicht aufhörst, bedeutet die und die und die. So, im Zweifelsfall auch ein Kampf. Alleine das fehlt ja schon. Du kannst es nicht allen recht machen. Das ist auch verdammt nochmal nicht unsere Aufgabe, es allen recht zu machen, sondern die Aufgabe ist, so zu leben, wie du es für dich definierst. Und wir lassen uns zu sehr im Außen definieren. Du hast das zu sein, dieses zu sein und das und das und das, anstatt wieder zu sich zurückzukommen und zu sagen, so Freunde, so bin ich. Ich könnte das auch größer aufziehen, das Thema, nehmen wir mal das Thema Spiritualität mit rein, wenn du an Gott glaubst oder Schöpfung oder all eins sein, was auch immer. Diese Instanz erschafft nichts aus Dummheit. Davon dürfen wir mal ausgehen. Ja? Und sie hat uns also so gemacht, mit einem Sinn und einem Zweck. So. Und wenn dieser Zweck, den hast du aber zu erfüllen, das ist quasi wieder deine Aufgabe. Nenn es freier Wille oder wie auch immer. Ja? Du kannst dich ja jeden Tag anders entscheiden. Nur du tust es nicht, weil wir alle letzten Endes irgendwo konditioniert sind. Das ist aber auch normal. Aber man kann aus diesen Konditionierungen auch wieder raus. Aber dabei muss man sie erstmal erkennen. Und mit lieb und nett kommst du nicht weit. Ich gebe dir auch Brief und Siegel. Keine Frau möchte einen lieben, netten Mann. Ja. Das sagen sie dir vielleicht. Aber fühlen und handeln tun sie nach anderen Prämissen. Und du bist vielleicht gut beraten als Kerl und als Mann, das zu wissen und das zu kennen. Weil sonst reitest du in die Falle. Thema Freundschaft. Ja? Bist du relativ schnell in der Friendzone drin? Nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen, mit einer Frau befreundet zu sein. Hast du aber größere oder mehr Ambitionen? Bist du in dieser Ecke völlig falsch? Ja? Und dann wirst du mit lieb und nett nicht weiterkommen. Weil Frauen nun mal biologisch gesehen auf andere Attribute achten. Und das hat schon durchaus was mit Status zu tun. Status meine ich jetzt auch nicht abwertend, aber gewisse Werte. Ja, das kann auch dein Geldbeutel sein. Ja? Das ist aber sehr an der Oberfläche und ist etwas gar nicht, wo die Frauen als allererstes drauf achten. Sondern eben, bist du ein gepflegter Mann? Hast du Werte? Stehst du zu deinem Wort? Hast du ein Ziel im Leben? Und gehst du diesen Weg? Du guckst nicht nach links und rechts. Lässt du dich ablenken ständig von irgendwas? Netflix oder sonst irgendwas? Pornografie? Ja? Oder gehst du deinen Weg und hast ein klares Ziel? Das sind Dinge, auf die Frauen durchaus achten. Und erst dann kommt Thema, ist er ein guter Versorger? Ja? Ist er in der Lage, sich selbst zu ernähren und darüber hinaus auch eine Familie zu ernähren? Stimmen die Werte mit mir überein? Also Ethik und Moral, die Ansichten, Weltansicht und so weiter. Das kommt aber alles erst viel, viel später. In erster Linie schaut eine Frau darauf oder sowas. Das ist ja Mann in der Lage, seine männliche Qualität zu leben. Und wir haben dieses Rüstzeug natürlicherweise mitbekommen. Auch eben diese Welt da draußen zu erobern. Da spricht ungern jemand drüber. Aber es ist unser Job, die Welt zu erobern und zu gestalten. Steve Jobs hat mal gesagt, eine Delle ins Universum schlagen. Ja, genau. Und das nenne ich ein großes Ziel. Genau. Genau. Und er hat es geschafft, by the way. Unabhängig, was man jetzt davon hält. Ich bin kein Apple-Fan oder sowas. Aber man kann ja diesen Mann einfach mal als solches betrachten, was hat er denn geschafft in seinem Leben? Er war in der Lage, seine Vision umzusetzen. Und das war er wohl freilich. Er hat die Welt verändert mit dem, was er getan hat. Es geht jetzt nicht um die Interpretation, ist sie besser geworden oder schlechter. Das ist eine andere Diskussion. Aber er hat sein klares Ziel gehabt, hat sich nicht abbringen lassen und ist diesen Weg bis zum Schluss gegangen. Ist etwas, wo wir uns durchaus orientieren dürfen. Große Ziele zu haben, ist ja nichts Schlechtes. Wenn du weißt, wie du sie angehst und nach und nach auch in die Umsetzung gehst. Auch eine männliche, maskuline Eigenschaft. Nicht reden, tun, in die Umsetzung gehen. Scheitert es auch bei vielen. Leider. Ja. Denkst du, wir sind alle geboren mit dieser urmännlichen Kraft und das wird uns dann so im Lauf des Aufwachsens abtrainiert durch Erziehung, System und Gesellschaft? Oder denkst du, weil die Alternative wäre, okay, wir werden normal geboren und früher vielleicht, wo wir in Stämmen, wo es Stämme oder Tribes gab, dass das da mehr gefördert wurde, diese Männlichkeit zu entwickeln und heute eben nicht mehr? Oder denkst du, es ist aktiv, dass das heute abtrainiert wird? Du hast mit allen dreien, hast du recht. Es ist alles zusammen. Unsere Väter wussten nichts über Männlichkeit und haben es uns nicht beigebracht und vermutlich deren Väter auch nicht. Also was kann das logische, die logische Konsequenz sein? Wir wissen es auch nicht. Wir müssen es selber in die Hand nehmen. Das mag vor hunderten Jahren, tausenden Jahren anders gewesen sein. Ja, da waren auch die Sozialstrukturen vollkommen andere. Da sind die jungen Burschen natürlich bei den Männern auch aufgewachsen und ab dem siebten Lebensjahr, das kennen wir durchaus von so Filmen wie Spartakus oder Sparta, glaube ich, war das auch, wo Männer schon mit sieben in ihre Reifeprüfung kommen, wo sie sich in den Kampf stellen müssen, ja, dem Leben stellen müssen. Bleiben wir mal bei der symbolischen Bedeutung, ja, weil viele Menschen Kampf als etwas Negatives interpretieren, aber Kampf sorgt am Ende auch für Klarheit und einen Sieg, egal auf welcher Seite, ja. Also kann durchaus eine Notwendigkeit sein. Aber sie wurden, ihm wurde es beigebracht, diese, diese Eigenschaft auch zu lernen. Heute ist es schon so, dass wir das abgetrainiert bekommen. Die meisten jungen Männer werden von ihren Müttern aufgezogen. Und was verständlicherweise, was bringt denn die Mutter ihren Kindern bei? Wenn du eine Frau haben möchtest, musst du lieb und nett sein. Du musst immer höflich sein und so weiter. Nichts gegen Höflichkeit, nichts gegen nett und lieb, aber eben mit einer gewissen Stringenz, mit einer gewissen, trotz alledessen mit einer gewissen Dominanz. Und die wird uns abtrainiert. Dies wird heute als toxisch bezeichnet. Darf man nicht mehr sein. Naja, jetzt musst du für dich entscheiden, ob du das mitmachst, das Spiel oder da ausbrichst. Aber am Ende ist es ja ein Einheitsbrei. Schau dir die Scheidungsquoten an oder das Single-Leben der meisten Menschen. Ja, warum ist das denn so? Ja, weil die Polaritäten nicht da sind. Da müssen wir keine große Verschwörung aufdecken oder tief einsteigen in den Kaninchenbau. Es ist so simpel, ist es. Aber die meisten kommen nicht drauf. Und wenn, dann haben sie eben sofort die Widerstände. Dann bin ich ja nicht mehr tolerant oder die Achtung fehlt. Nein, all das darf doch sein. Ja, ich achte jede Frau im Höchstmaß sogar. Aber ich achte darauf auch, dass ich, dass ich in meiner Kraft auch bleibe. Und generell vielleicht immer ein gutes, gutes Thema. Viele junge Männer, das erleben wir ja heute Tage, rennen den Frauen ja hinterher oder wollen eine Freundin haben, wollen eine Partnerschaft, Beziehung haben und wundern sich, warum es nicht funktioniert. Es hat damit was zu tun, dass sie sich in erster Linie mal um sich selber kümmern sollten. Man müsste rein theoretisch einen jungen Mann zwischen 20 und 30 empfehlen. Kümmer dich nicht um Frauen. Mach dich wertvoll. Arbeite, wie ich es schon gesagt habe, an deinem Charakter. Arbeite an deinem Körper, an deinem Mindset. Hab die richtigen Ziele. Wenn du sie nicht hast, erschaff dir welche. Fang an daran zu arbeiten. Bau dir ein Business auf. Also eine Wertstabilität und so weiter und so fort. Die Frauen kommen dann von ganz alleine, weil die suchen ja genau diese Männer, ja, die diese Attribute mitbringen. Und das ist also schon sinnvoll, sich darum zu bemühen und weniger auf dieses Thema zu achten. Weil dann kannst du als Mann letzten Endes auch aus der Fülle agieren. Nicht aus dem Mangel heraus. Was viele Männer eben halt tun. Ist auch nichts per se Schlimmes, aber dir sollte das einfach bewusst sein. Und ein Mann, der im Mangel ist, es gibt kaum etwas Unattraktiveres für eine Frau. Ja. Weil es unser Job ist eben dafür zu sorgen, dass diese Fülle im Leben vonstatten geht. Die Frau hat die Aufgabe, uns aus diesem Wahnsinn aus dem Kopf rauszubringen und uns unsere Emotionen zu zeigen. Und uns Männer eben halt den Ausgleich in der Balance zu schaffen, in der Achse zu schaffen, zwischen Denken und Fühlen. Das können wir in der Regel nicht so wie Frauen. Auch wir sind zwar intuitiv, aber nicht wie die Frauen. Auch wir sind kreativ, aber nicht wie die Frauen. Und die Frau bringt ihren Partner mit dazu, ja, und unterstützt das und bringt uns Männer sozusagen dann in das, in diese Emotionen rein. Und dann funktioniert unsere Achse wunderbar. Und wir sind sehr stark und ausgerichtet, geradeaus auf das ausgerichtet, was auf dieser Welt nun mal da ist. Und was unsere Aufgabe ist, sei es eben Schutz, auch Kampf oder eben das Erobern. Und mit Erobern ist gar nicht so das Thema Frauen gemeint, sondern das Leben zu erobern. Das liegt in uns drin. Wir sind nun mal Geschöpfe. Wir sind Eroberer, ja. Und wir sollen das Leben auch erobern. Das ist unsere Aufgabe. Das macht uns natürlich im Umkehrschluss wieder attraktiv für gewisse Frauen. Und nicht alle Männer sind vielleicht mit damit geboren, mit dieser, sagen wir mal, Selbstverständlichkeit, mit diesem Selbstverständnis im Auftreten. Ich übrigens auch nicht, ja. Ich war als junger Mann auch nicht so. Ich habe mich da auch hin entwickelt, ja. Aber ich habe versucht, die richtigen Wege zu gehen. Ich habe auch meine Fehler gemacht, Fettnäpfchen und so weiter, auch schlechte Partnerschaften, das ganze Programm. Ich kenne das also alles irgendwo auch her. Ich habe mich aber immer gefragt, warum? Immer das gleiche Muster. Wieso? Dann wird es aber was mit mir zu tun haben. Das geht doch gar nicht anders. Also musst du bei dir selber anfangen und hingucken. Und vielleicht wichtig, weil das immer, das werde ich oft gefragt, das Thema Alpha-Mindset oder Alpha-Männer. Ah, das ist ein guter Punkt. Ja. Hat nichts eben mit körperlicher Erscheinung zu tun, sondern Alpha-Mindset ist im wahrsten Sinne des Wortes ist im Denken verankert. Wenn du natürlich dann auch auf deinen Körper achtest und dementsprechend auch dich gut ernährst und dieses und jenes, was ich übrigens auch nicht wirklich tue, ja. Meine Ernährung könnte sich auch deutlich verbessern und, 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 und. Nobody ist keiner fehlerfrei, ja. Aber gewisse Grundstrukturen schaffen, die es dir ermöglichen, eben gesund zu sein, leistungsfähig zu sein, durchsetzungsfähig zu sein und in dieser Welt bestehen zu können. Wenn du da an diesen Grundpunkten schon mal arbeitest, dann ist es das, oder kannst du das Ziel erreichen, was ich eben einen wertvollen Mann nenne, ja, der eben Werte hat, Kodex, Moral, Ethik. Und der lässt sich dann auch nicht einlullen, der lässt sich auch nicht abbringen von seinen Zielen, ja. Da kann auch eine bildhübsche Frau kommen, wenn sie nicht zu dir passt, wirst du sie ablehnen. Warum? Weil du dann in deiner Kraft bist und aussuchst. Und sagen kannst, hey, ja, mit dir das wird nichts, aber, ne, vielleicht eine andere, oder, oder, oder. Wir müssen also nicht hinterherhächeln. Aber das ist genau das, was wir erleben. Auf die, schau dir die sozialen Plattformen an. Irgendein junges Ding, ja, hält ihren Körper in die Kamera oder sowas und du hast tausende Männer, die drunter schreiben. I love you, ich liebe dich und toll und mega und so weiter und so fort, ja. Übrigens eine falsch interpretierte Aufmerksamkeit für die Frau, die wird mit Sicherheit nicht glücklich sein damit, aber, ne, ist nicht unser Thema. Aber was machen die Männer? Ja, das, das, das ist kein Weg hin zum Glücklichsein oder eine tolle Partnerschaft zu leben, ne. Es geht bei Männlichkeit auch nicht um das Thema, viele Partnerinnen haben zu müssen. Ja, das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema. Ja, wir haben das, wir haben diesen Trieb, der ist da, können wir nicht wegleugnen. Und ich sage das hier auch, wenn wir einen Knopf hätten, den wir drücken könnten und das wäre weg, würden wir es, die würden es wahrscheinlich auch die meisten tun, ja. Weil es uns eben immer wieder in Konfliktsituationen bringt. Aber es hat einem wieder was mit Wachstum zu tun und wie gehe ich damit um? Ja, ich finde das schön, wie du sagst, es geht sehr viel auch da um das Mindset, ja, um die Weiterentwicklung von einem selbst, auch wissen, was willst du, wo willst du hin und dafür einstehen und wirklich eine klare Vision im Leben haben und auch umsetzen und nicht, nicht so verloren sein, rumschwimmen, anderen hinterherlaufen und bei den Frauen zu betteln, oh, ich mag dich, nehme mich doch so, sondern eben, dass da wieder in diese wahre Männlichkeit kommen. Ich möchte noch was anderes ansprechen. Du bist ja auch, ja, ein Unternehmer, bist selbstständig, machst dein eigenes Ding, bringst deine Vision in die Welt hinaus. Und oft, interessanterweise, wenn ich mit Menschen aus dem spirituellen Bereich über, ja, Business, Geld im Einklang mit Spiritualität spreche, tun sich oft so Glaubenssätze auf, ja, aber Geld und Spiritualität, das passt nicht zusammen, Geld ist doch böse, wir sollten noch nichts fürs Geld machen. In der neuen Zeit gibt es kein Geld mehr oder das ist ja irgendwie alles teuflisch und so. Wie vereinbarst du das, wie ist deine Ansicht dazu? Erstens verteufle ich es nicht. Obwohl ich das rational natürlich verstehen kann, dass man das so interpretieren kann. Und durchaus, das Zinssystem hat schon was Diabolisches, ist keine Frage, ja, ist aber eine andere Grundlage. Ich bin Realist. Ist denn die neue Zeit schon da? Nein. Brauchen wir Geld? Ja. Wird es ein Tauschmittel geben, ob wir es gelten oder nicht, in Zukunft? Aus meiner Sicht, ja. Ja. Auch das ist etwas wieder, wo ich sage, auch die Spiritualität in einigen Bereichen lenkt uns von der eigentlichen Wahrheit und unserer Aufgabe ab und soll als Auffangbecken dienen für diejenigen, die eine gute Ausrede brauchen. Geld verdirbt den Charakter. Gott sei Dank, ich habe keins. Ja. Ich muss nicht einen guten Charakter haben. Oder wenn es nicht leicht zu mir kommt, dann soll es nicht so sein. Ja. Ist die Ausrede zu sagen, ah, ich muss nicht hart arbeiten. Ja. Wobei das Thema hart arbeiten wieder ein anderes Thema ist. Aber du musst deine Ziele verfolgen und du musst natürlich aktiv etwas tun. Ja. Und dieses Tun bedeutet nicht, dass das immer leicht ist oder im Sinne immer schön ist. Manchmal gibt es Notwendigkeiten, die müssen getan werden. Aber wenn diese Notwendigkeiten, die ersten paar Schritte erledigt sind, dann wird es ja leichter. Dann ist es ja etwas, was auch zu dir kommt. Also ist es aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, bodenständig zu bleiben, gewisse spirituelle Aspekte sehr wohl zu integrieren. Das Thema Vertrauen. Das Thema Vertrauen auch ins Leben. Das Thema Vertrauen aber auch in dich selbst. Dass du in der Lage bist, diese Dinge, die du dir erträumst, die du dir ersinnst, auch in die Umsetzung zu bringen. Und dich nicht wieder von irgendjemanden ablenken lassen und sagst, nee, das kann man doch nicht oder das geht doch nicht und dieses und jenes. Sondern bei dir bleibst. Ja. Und da diese, diese durchaus diese sinnvollen Konzepte integrierst. Auch als Unternehmer ist das ja möglich. Spiritualität ist auch im Sinne dessen, bleiben wir nochmal bei Ethik und Moral. Schaust du dir die Produktionswege deiner Produkte an? Stehst du wirklich dahinter oder geht es dir nur ums Geld verdienen? Ja, wir müssen auch Geld verdienen. Das ist doch, ich weiß nicht, wie oft ich das eigentlich noch erzählen soll oder sowas, aber es ist doch, das erleben wir doch alles. Aber viele Menschen flüchten eben, ja, in diese Welt, damit sie es nicht tun müssen. Ja, und dann sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Es gibt diesen Satz, ich meine, der ist von Dirk Kreuter. Von dem kann man jetzt auch halten, was man will. Aber der hat einen intelligenten Satz gesagt. Welche Geschichte erzählst du dir jeden Tag, damit du nicht erfolgreich sein musst? Und jetzt überprüfe, welche sind das? Und die sind, die kommen aus allen Richtungen, aus jeder Ecke. Jeder hat so eine Geschichte. Das Wetter ist so toll, ach, es ist Sommer und dieses und jenes. Ja, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, absolut. Ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Ja. Und es ist doch gar nicht schlimm, auch gewisse Impulse, wenn du sagst, Mensch, das mache ich doch nicht anders. Das Wetter ist schön, heute wird weniger gearbeitet. Wenn es du dir erlauben kannst, wenn du es dir leisten kannst, ja, mach es. Kein Problem. Man muss nicht immer 100 Prozent Vollgas und immer nicht und auch nicht das Thema immer mehr, 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 mehr. Ja, vor allen Dingen, wenn es eben zu Lasten anderer geht. Aber das Thema Wachstum sollte man nicht ausschließen. Und Geld letzten Endes ist ja nur eine Energie. Mehr ist es ja nicht. Ja, es ist der Glaube an einen Gegenwert. So, der verschwindet in dem Moment, wo es diesen Gegenwert nicht mehr gibt. Im Augenblick haben wir das aber noch nicht. Egal, wie die Zukunft aussieht. Ich habe keine Glaskugel. Ich kann es dir nicht sagen, wie das in zehn Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren aussieht. Ich weiß aber eins, Ende diesen Monats möchte mein Vermieter Miete haben. Ja, der Sprit muss ins Auto und so weiter und so fort. Essen, Krinken muss eingekauft werden. Die Dinge des täglichen Bedarfs. Okay, also bin ich doch irgendwo auch in der Lage zu verstehen, dass es eine Notwendigkeit gibt, Geld zu verdienen. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass du für dich rausfindest, möchtest du das, ich sage das jetzt sehr provokativ, möchtest du das im Sklavensystem tun? Ja? Oder möchtest du deinen Weg verfolgen? Das ist die grundsätzliche Entscheidung. Wie man dann da hinkommt, das sind dann unterschiedliche Wege und bedarf unterschiedlicher Herangehensweisen. Oft ist es sinnvoll, beides gleichzeitig zu machen. Also behalte deinen Angestelltenjob, dein sicheres Einkommen und baue dir nebenbei etwas auf, so lange, bis es dann funktioniert. Dann kommt das Thema Vertrauen, Mut, Wille und Stärke zu sagen, go, jetzt mache ich es. Ich setze es jetzt um. Ja? Nächstes Jahr um die Zeit habe ich mein Einkommen auf dieser Plattform oder mit dem, was ich tue und kann dann im Frieden meinen Job sein lassen. Nach und nach sich die Dinge aufbauen. Aber die meisten schaffen ja den ersten Schritt nicht mal. Ja, absolut korrekt. Also ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Ich habe das ja selbst auch durchgemacht und bin da sehr stark gewachsen. Ich auch. gerne fragen, wie war denn dein Weg dahin? Also nicht, also kurz und prägnant, du hast ja, ich weiß gar nicht, was du vor Pause gemacht hast, soweit habe ich gar nicht recherchiert, aber warst du mal angestellt? Warst du neben dem Sklavensystem, im Hamsterrad? Wie war für dich der Weg daraus in deine Selbstständigkeit? Eine Dame auf dem Arbeitsamt hat mir mal gesagt, Herr Schönerstedt, Sie haben einen sehr bunten Lebenslauf. Und das hat die nicht als Kompliment gemeint. Ich habe sehr viel ausprobiert, sehr viel gemacht. Ich komme ursprünglich aus der Bank und Versicherungswirtschaft, habe das auch gelernt. Habe das eigentlich damals für eine gute Idee gehalten. Ja, bleiben wir bei Thema Versicherungen. Viele zahlen ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle einen Schaden haben, ist, tendiert gegen null. Bedeutet eigentlich, das Kollektiv oder die Gemeinschaft sorgt dafür, wenn mir was passiert, dass ich abgesichert bin. Eigentlich eine tolle Idee. Ja, dann habe ich aber das ein paar Jahre gemacht. In Summe, glaube ich, ungefähr zehn Jahre. Dann habe ich irgendwann diese Finanzmathematik begriffen. Und hatte mich seit ungefähr 96, beschäftige ich mich mit alternativen Themen, auch Spiritualität, Verschwörungsliteratur, das ganze Programm. Und dann habe ich das Thema Finanzmathematik begriffen und gemerkt, das ist eigentlich eine Umverteilung von unten nach oben. So, dann habe ich den Job gekündigt und habe mir Pause gemacht. Ja, um mich zu finden. Was mache ich jetzt? Ich habe gut verdient, es war eigentlich alles in Ordnung. Ja, man hat mir auch eine große Karriere vorausgesehen und so weiter und so fort. Ging aber nicht mehr. Ich konnte es einfach moralisch nicht vereinbaren. Ich habe nochmal diese Instanz in mir und die kann ich ja nicht leugnen. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen gemacht, die allesamt auch mehr oder weniger erfolgreich waren, aber mich eben nicht ausgefüllt haben, weil es nicht meins war. Weil es eben nicht meine Sache war. Ja, dann bin ich vor zehn Jahren hier nach Bayern gezogen, habe bei einem Verein gearbeitet. Dann haben wir dort den ersten TV-Sender gegründet. Dann habe ich festgestellt, hey, wir haben eigentlich einen Moderator gesucht, keinen gefunden. Na ja, da mache ich es, weil wir loslegen wollten. Da habe ich gemerkt, wow, das gefällt mir, das macht mir Spaß. Obwohl ich als Jugendlicher mich nicht vor der Kamera sehen konnte. Ich konnte mich nicht auf Bildern ertragen, ich konnte meine Stimme nicht ertragen. Ja, also diese Widerstände hatte ich auch. Egal, gemacht, umgesetzt. Das ging in die Brüche aufgrund von eben unterschiedlichen Werteentwicklungen. Dann hatte ich in 2013 bei Reitz schon einen anderen Verein gegründet gehabt und habe bis dieses Jahr im März das auch mit einem anderen Partner zusammen gemacht. Aber auch da sind die Ziele auseinander gegangen. Ich habe gesehen oder gemerkt, mein Weg geht woanders hin und der geht einfach in die Richtung und die anderen gehen dorthin. Das lässt sich nicht vereinbaren. Wir haben das zwei Jahre versucht, das irgendwie zu vereinbaren. Es ist genauso geendet, wie es eigentlich vorhersehbar war. Riesenchaos. Da ich aber eben in der glücklichen Lage war, dass der Sender grundsätzlich schon immer mir gehört hat, konnte ich ihn weitermachen und habe seit März angefangen, meine Plattform weiter aufzubauen und auch mich mehr als tatsächlich als Marke zu präsentieren. Eben wie ich bin. Ich kann ja nicht anders sein, als wie ich bin. Entweder dir gefällt es oder eben nicht. Und das war in meinem ganzen Leben so. Du magst mich entweder oder du lässt es. Es gibt nicht viel dazwischen. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Für mich ist es, ich bin da im Frieden. Ich kann mit jedem auf Augenhöhe mich unterhalten, auch mit den sogenannten Mainstreamern und so weiter und so fort. Ich kann diplomatisch mit dir umgehen oder eben Tacheles reden. Beides. Je nachdem, was gebraucht wird. Und mein Ziel ist es letzten Endes, auch genau die Ziele zu erreichen, die ich mir gesteckt habe. Wo ich sage, das möchte ich, das habe ich im Leben erwartet von mir. Eigentlich mein ganzes Leben lang, aber habe es selber nicht in die Erfüllung gebracht. Bis ich irgendwann festgestellt habe, ja Junge, du musst es selber machen. Da kommt keiner und sagt, Patrick, willst du es haben? Hier, bitte, nimm es. Es wird nicht passieren. Du musst es selber machen. Und auf diesem Weg habe ich sehr viel gelernt, sehr viel an mir selber gearbeitet, tue es nach wie vor. Ich bin jemand, der sagt, das ist meine Meinung heute. Die kann sich aber morgen ändern. Wenn jemand ein besseres Argument hat oder mir die Dinge anders klar erklärt, wo sich das bei mir ändert, ja, dann habe ich mich halt geirrt und gehe dann ab morgen einen anderen Weg. Und versuche das vorzuleben, wo ich ja versuche, andere Menschen dabei zu begleiten und zu animieren, es selbst zu tun. Weil ich ja sehe, wie viel unglücklich sind und wie viele in ihrem Hamsterrad eigentlich wirklich wie ein Hamster da laufen und abends K.O. sind und glauben, das war es dann im Leben. Das mache ich jetzt 40 Jahre, dann habe ich noch 20 Jahre Rente und wenn ich Glück habe, ja, geht es ohne Krankheit in den Kasten. Ja, so sieht mein Leben nicht aus und so wird es auch nie aussehen, ja. Das Leben ist großartig, hat viel, viel Möglichkeiten, die uns zur Verfügung gestellt. Aber wir müssen sie uns eben holen. Es kommt keiner und gibt es dir. Ja, es wird ab einem gewissen Niveau leichter. Kontakte kommen zu dir, die Dinge werden einfacher, Kooperationen entstehen, ja. Das ist doch großartig. Aber den ersten Schritt, den zweiten, dritten, fünf, den musst du selber machen. Und den musst du aus dir heraus machen. Das finden, wo du sagst, das ist mein Thema, meine Mission. Was ist deine Vision? Was ist deine Mission? Der übergeordnete Sinn, den du deinem Leben gibst. Wenn du den nicht hast, hör auf, dir irgendwelche Ziele zu stecken. Ohne den übergeordneten Sinn wirst du es nicht lange durchhalten, weil dir die Motivation fehlt, dir fehlt die Power und eben der Sinn, es zu tun. Warum stehst du auf jeden Morgen? Was ist deine Berufung? Ja, du hast deinen offensichtlich gefunden. Du weißt, wovon ich rede. Ja, also im Moment kann in fünf Jahren auch wieder ganz anders sein, aber ich hätte ja, es gibt ja dieses, ja, wo willst du in fünf Jahren stehen und so. Die Idee für die Plattform, das war ja vor zwei Jahren, das war so spontan aus diesem Umfeld heraus, was uns da dargeboten wurde, ja. Das hätte ich ja vorher nie geplant, mal eine Dating-Plattform zu machen. Das war halt so, das war, hey, das ist eine Idee, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt mache ich das. Jetzt, sofort, so schnell wie möglich. Und so wurde das halt erfolgreich, ja. Und klar, jetzt gibt es andere Leute, die das auch machen wollen, aber der Zug ist halt so ein bisschen abgefahren. Aber was ich in fünf Jahren mache, weiß ich auch noch nicht, aber wie du sagst, also du folgst halt, du hast halt dieses Gefühl für deinen eigenen Weg und dem folgst du. Und wenn du merkst, okay, das macht mir keinen Spaß mehr, das ist nicht mehr das, was ich machen will, dann überlegst du dir, was will ich machen und probierst das wieder aus und gehst halt den nächsten Schritt. Ich glaube, für viele Leute ist die Schwierigkeit, diesen, wie du sagst, diesen übergeordneten Sinn zu erkennen oder zu wissen, ja, was will ich eigentlich im Leben? Und deswegen sind die dann für Ewigkeiten im Hamsterrad und strampeln sich da ab, weil sie gar nicht wissen, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich 24 Stunden Zeit am Tag, wüsste ich gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Was ist denn da ein erster Schritt für die Leute? Hast du da einen Tipp oder irgendwie eine Frage, die irgendwas öffnet? Erkenne doch erstmal, ob du damit zufrieden bist. Und wenn du sagst, du bist zufrieden, dann gib dich mit der Antwort nicht zufrieden, sondern du prüfe, ob du es wirklich bist oder ob du es dir gerade nur einredest, dass du zufrieden bist. Jeder spürt das. Ich glaube, da braucht es keinen Coaching oder irgendeinen Stresstest oder irgendwas, sondern du spürst doch, ob das passt für dich. Wenn es passt, herzlichen Glückwunsch. Nicht jeder Mann, nicht jede Frau möchte große Ziele im Leben erreichen. Es gibt auch die, die wirklich mit denen zufrieden sind, was sie haben. Ist völlig okay. Es geht nur darum, dass diejenigen dann eben halt aber auch oft, gerade in Deutschland kennen wir das, Neidkultur und so weiter und so fort. Kein Verständnis dafür, wenn jemand woanders hin möchte. Du wirst dann wieder runtergezerrt von deiner Vision. Geh da bloß nicht hin, weil dann müsste ich ja, ja, wie sehe ich dann aus? Was sagt denn der Nachbar? Ihr kennt das doch alles. So, wenn du diese Widerstände hast, arbeite dran. Mach dir klar, dass du dich nicht dein Leben deines Nachbarn führst oder sonst wem. Sondern wenn du spürst in dir, hey, da ist mehr, dann schau nach. Schau hin. Wie viel mehr? Was darf es denn sein? Ja? Und dann fang an, das in die Umsetzung zu bringen. Schritt für Schritt. Es ist nicht so schwer, wie wir glauben. Es hat aber oft was damit zu tun, dass wir unser Denken verändern müssen. Und diese Widerstände kommen in der Regel, unsere Limitierungen kommen in der Regel von uns selbst. Wir reden es aber gerne der Gesellschaft ein. Nein, die Gesellschaft lässt mich nicht. Nein, das stimmt nicht. Du lässt dich nicht. Es ist sehr viel einfacher, die Schultern irgendwo rauszuschieben oder so. Opferhaltung, Mangeldenken und so weiter und so fort. Alles wichtige Impulse. Und nimm dir vor, es nicht nächste Woche zu können, sondern bereite dich auf diesen Weg vor, der durchaus Spaß machen kann. Ja, das ist am Anfang klar, wenn du etwas änderst in deinem Leben. Das ist oft, weil wir die Komfortzone verlassen, das ist oft unschön. Aber das Leben findet eben nicht oft in der Komfortzone statt, sondern außerhalb dessen. Und da sind auch da, wo die Wunder passieren. Also wenn du Wunder erleben möchtest, zum ersten Mal erwarte welche. Wenn du sie ablehnst, wird es nicht passieren. Erwarte Großes von dir. Aber halte es auch ein. Gib dir selber ein Versprechen. Und halte es. Hör auf, negativ von dir zu reden. Kann ich nicht, will ich nicht. Oder das habe ich noch nie. Ob ich das schaffe. Ja, hör auf. Klares Commitment. Sag zu dir, okay, wenn ich das will, erreiche ich das. Ob das morgen der Fall ist, übermorgen oder in einer Woche oder in einem Jahr oder in zehn Jahren, lasst es doch für einen Moment mal offen. Aber beginne damit. Und du wirst merken, wie sich die Dinge in dem Leben langsam aber sicher umformen. Wie andere Themen in dein Leben kommen. Die Impulse des Lebens kommen ja. Wir haben nur verlernt zuzuhören, weil um uns drum herum alles so laut geworden ist. Also wieder in die Stille. Was will ich damit sagen? Es kann eine Meditation sein, es kann im Wald sein, es kann Spaziergang sein. Entscheidend ist, in dir findet es statt. Eine wichtige spirituelle Einsicht. Das Leben findet in dir statt. Und das Außen ist nur der Spiegel dessen, was du für dich erschaffst. Und wenn dir das Außen gefällt, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, okay. Gräme dich nicht. Viele Menschen sind genau in diesem Punkt gerade, wo sie feststellen, das Außen gefällt mir nicht. Ja, aber es hat auch immer was mit dir zu tun. Du bist auch ein Teil des Außen, beziehungsweise umgedrehtes Teil des Außen ist ein Teil von dir. Versuche die Dinge also für dich im Inneren zu transformieren. Achte da drauf. Schau auf dein Umfeld. Sind das Menschen in deiner Nähe, die die gleichen Werte haben, die gleichen Ziele haben? Wenn du in einer Gruppe bist von Leuten, die immer wieder sagen, nein, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Und wer will denn das? Ein zweites Auto, wozu das denn? Ja, viermal im Jahr im Urlaub braucht kein Mensch. Ja, dann sieh das als Menschen an, wo du sagst, ja, das sind Freunde und das passt doch alles. Aber verbringe eben vielleicht mehr Zeit mit Menschen, die sagen, hey, ich möchte da noch ein bisschen darüber hinaus. Und am Ende, mir geht es ja auch jetzt nicht rein um den monetären Zweck. Ja, klar, Geld, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, ist wichtig, keine Frage. Aber es geht mir ja auch vielmehr darum, was kann ich denn damit anstellen? Geld bedeutet für mich, Optionen zu haben. Und ich bin ein Spieler. Nicht im Sinne einer zwanghaften Sucht, sondern ich spiele das Leben, das Spiel des Lebens. Und ich möchte so viele Optionen haben, wie mir möglich ist. Und Geld erleichtert das. Lass euch nichts irgendwann irgendjemandem was anderes einreden. Ja, so nach dem Motto, Geld löst keine Probleme. Doch, tut es. Tut es. Ja? Und wenn man das kapiert und wenn man das versteht, dann bringt man auch Spiritualität und Unternehmertum wieder in den Einklang. Und solange das moralisch gut ist, was du tust, ethisch vernünftig ist, deiner höheren Missionen und letzten Endes auch dem Wohle aller irgendwo auch dienlich ist, hey, verdien so viel Geld, wie du möchtest. Das ist kein Problem. Achte darauf, dass niemand ausgebeutet wird, dass niemand auf der Strecke bleibt. Ja? Das sind schon wichtige Punkte, worauf ich auch achte, wenn ich jetzt Produkte verkaufe oder sonst irgendwas, welche Dienstleistungen anbiete, dass es wirklich für alle Seiten einen Mehrwert gibt. So. Wenn du das tust, setz es doch einfach um. Und dann kommst du mehr und mehr ein Stück weit in eine Freiheit. Ich habe in jungen mal Jahren erkannt, eigentlich könnte man sich die Freiheit erkaufen. Ist das Sinn und Zweck? Eigentlich nicht. Aber irgendwo ist es ja auch eine Möglichkeit. Dann nutze beides. Arbeite von mir aus energetisch, spirituell an einer besseren Zukunft. Ja, wichtig. Tun. Auch eine gute Basisarbeit. Aber vergiss eben das Bodenständige nicht. Ja? Wo du hier lebst. Und wir sind nicht hier, um rein spirituelle Wesen zu sein. Ich habe das schon so oft in anderen Sendungen gesagt. Wir sind auf der nächsthöheren Ebene bereits. Sind wir allumfassende spirituelle, geistige Wesen. Der Zweck ist nicht, dass hier in der Materie zu werden, sondern Fähigkeiten uns anzueignen und die Materie zu formen. Dieses Spiel der Materie zu spielen. Und da gehört nochmal auch Geld mit dazu. Und lasst euch nicht ausreden ständig, dass auch ein schönes Leben euch gestattet ist. Ja? Das hat etwas mit Mangeldenken zu tun. Man hat uns das eingetrichtert, ja? Dass wir schön klein bleiben. Wir sind eigentlich Götter in einem Irrgarten, der nur 20 Zentimeter hoch ist. Wir kriechen aber unter diesen und sehen nicht. Wir müssten nur aufstehen. Und sehen, da ist der Aushär. Da ist die Lösung. Da ist der Weg. Und wir tun es nicht, weil wir uns das haben einreden lassen, dass wir schön klein bleiben. Ja? Und bloß nicht an unser Potenzial herangehen. Aber jeder, der das tut, und das erleben wir doch da draußen. Auf beiden Seiten wohlgemerkt. Ja? Kann doch gewisse Dinge erschaffen. Und mein Ziel ist es, gewisse Dinge zu erschaffen. Ich habe da Riesenfreude dran. Ja? Wie gesagt, ich spiele dieses Spiel. Ja? Und es ist ein Spiel. Und als solches kann ich das auch begreifen und auch verstehen. Und dann kannst du mit Niederlagen umgehen, mit Fehlschlägen besser umgehen, dass es auch mal knifflig wird, dass es mal hart wird, aber eben, dass es auch ziemlich viel Spaß macht. Dass es sehr viel Freude bringt. Dass es sehr viele tolle Kontakte und Menschen zu dir bringt. Möglichkeiten, Optionen zu dir bringt, die deinen Alltag und dein Leben einfach toll gestalten. Und wenn du dann feststellst, irgendwann mal, entweder abends, wenn du im Bett liegst, oder irgendwann, wenn dein Leben sich dem Ende neigt. Und du dir für dich sagen kannst, ich habe es erschaffen. Ich habe es unter Kontrolle, Kontrolle, ja? In Anführungsstrichen bitte. Aber ich habe es gestaltet. Ich war der maßgebliche Regisseur, Kameramann, Tonmann, Maskenmann, derjenige, der einen Fußboden wischt und derjenige, der das ganze Ding auch leitet, der CEO von meinem Leben. Ja, wunderbar. Dann hast du das erreicht, was ja viele auch in der spirituellen Szene dir immer wieder als Vorschlag geben, nämlich übernimm die Verantwortung für dein Leben. Ganz, ganz wunderbar. Das war ja fast schon ein Motivational Speech von dir. Super, super cool. Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, Patrick, wie ist deine eigene Vision? Also wie geht es bei dir weiter? Wie geht es mit Blaupause weiter? Hast du dort weitere Ideen, die du teilen kannst? Wie dein Weg weitergeht? Ja, Blaupause darf wachsen. Ja, ich habe große Ziele. 50.000 Abonnenten bei Blaupause ist immer das erste, der nächste Ziel. Alle anderen Plattformen dürfen natürlich mitwachsen, weil ich schon denke, dass meine Inhalte und auch meine Konzepte und mein Content auch durchaus einen Mehrwert eben für viele mehr liefern kann, gerade in der aktuellen Situation. Warum? Nicht, weil ich derjenige bin, der das erfunden hat oder dieses Wissen jetzt irgendwo erfunden hat und jetzt nach draußen bringt. Ich verkaufe es auch nicht als mein eigenes Wissen. Ich habe auch viel gelesen in meinem Leben. Ich möchte es weitergeben. Ich möchte so viele Menschen wie möglich eigentlich auf dieser Seite des Lebens sehen und zwar auf der Sonnenseite des Lebens. Denn ich möchte nämlich mit freien Menschen zu tun haben, die in der Lage sind, ihr Leben selbst zu gestalten. Stell dir mal vor, ich bin ein freier Mensch, aber was nützt denn mir meine Freiheit, wenn mein Umfeld nicht frei ist? Kann ich morgens irgendwo hinfliegen? Kann ich meinen besten Freund sagen, komm, lass uns angeln gehen oder Bogen schießen oder sonst irgendwas? Was sagt denn der? Nee, kann ich nicht. Ich bin ja auf Arbeit. Das ist ja auch wieder eine Limitierung. Und ich möchte so viele Menschen mitnehmen wie möglich, in diese Freiheit zu kommen, unabhängig von dem Wahnsinn da draußen. Langfristige Ziele sind natürlich auch da. Ich möchte meinen Lebensabend nicht in diesem Land verbringen. Das hat jetzt weniger mit diesem Land und der Struktur zu tun. Auch, aber nicht per se. Ich bin ein so ein hundringer Mensch. Meine Vision ist, ich möchte in einem Land leben, wo ich nur noch eine Badehose brauche. Mehr nicht. Wo auch immer das sein mag. Also es muss warm sein, Wasser darf in der Nähe sein und all diese Dinge. Vielleicht eine kleine Strandbar. Schauen wir mal. Aber das sind sehr langfristige Ziele. Kurzfristige Ziele ist, auch mein Unternehmen zu skalieren. Und das sind die Sichtbarkeit zu bringen und dieses Angebot, was ich habe, möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Weil ich weiß, dass sie einen Mehrwert daraus haben werden und sich ihr Leben auch wirklich ändern kann. Was doch logischerweise mir wieder zugute kommt. Und ich habe wieder die Möglichkeit, gewisse Projekte zu unterstützen. Ich spreche oft in anderen Sendungen auch. Das Thema Gnadenhof ist etwas, was mich sehr reizt. Wo ich sage, ich möchte, aber das musst du finanzieren. Das kostet richtig Geld. Und da möchte ich dieses Geld auch reinstecken. Was zurückzugeben. Die große Vision ist, irgendwann mal an einem Lagerfeuer zu sitzen und den jungen Menschen als graubärtiger alter Mann zu zeigen, hey, die Welt war mal so. Sie war nicht immer so schön, wie sie jetzt ist. Sie war nicht immer so leicht, wie sie jetzt ist. Sie war nicht immer so wunderbar, dass jeder Mensch sein Potenzial leben kann. Dass jeder Mensch seine Daseinsberechtigung hat, seine Aufgabe im Leben hat und 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 und. Da sind wir ja noch lange nicht. Aber ich möchte das erleben. Egal, wie lange es dauert. Und wenn ich dafür 120 werden muss, dann muss ich halt 120 werden. Das ist mir wurscht. Dann muss das halt irgendwie gehen. Aber ich möchte es noch erleben. Und ich möchte sagen können, ich war Teil dessen. Und zwar nicht Zuschauer, sondern ich habe mitgewirkt. Ich habe mit dabei. Ich war mit dabei. Und den jungen Menschen erzählen, hey, es gab mal eine Zeit, da war das vollkommen anders. Da waren wir unterdrückte Wesen. Klein, klein gemacht. Von außen künstlich gedeckelt. Voller Ängste, die wir hatten. Voller Demotivation. Voller Nicht-Wissen, was wir sind. Wer wir sind. Voll gepumpt mit geistigem Blödsinn letzten Endes. Dem man hat uns eingetrichtert, um die Kontrolle über uns zu haben. Weil wenige der Meinung waren, wir können über alle herrschen. Und diese Zeit werden wir ja irgendwann verlassen. Ich hoffe, dass ich sie noch miterlebe. Dass meine Arbeit und meine Qualitäten einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass es besser wird. Ich möchte das sagen können in meinem Leben. Und dann möchte ich friedlich gehen. Mit einem Lächeln auf dem Lippen und sagen, so liebes Leben, jetzt zeig mir, was kommt. Denn wissen tun wir es nicht. Ich glaube an die Inkarnation. Durchaus. Aber wissen tue ich es nicht. Das werde ich erst in diesem Augenblick erfahren, wenn ich die Augen schließe und gehe. Und auf diesen Moment möchte ich mich freuen. Ich möchte mit leichtem Schritten, mit einem Lächeln auf den Lippen gehen können und sagen, hey, ich habe das hier gerockt. Es hat geklappt für mich. Es hat gepasst für mich. Ich habe viele Menschen begeistern können. Viele Menschen war ich eine Bereicherung. Ich habe sie zum Lachen gebracht. Manchmal zum Weinen. Manchmal zum Nachdenken. Und manchmal auch einfach ihnen gezeigt, so geht es. Tu es. Setz es um. Und du wirst dein eigenes Leben Herr deines eigenen Lebens werden. Und das ist meine Motivation. Das ist mein Ziel, warum ich das mache. Da wird mich keiner abbringen davon. Das ist der Punkt. Das habe ich Gott sei Dank schon gelernt in meinen jungen Jahren, die ich hier schon auf diesem Planeten bin. Wie es gehen kann. Und nochmal, ich lerne auch jeden Tag dazu. Ich bin absolut kein vollkommenes Wesen. Wirklich nicht. Ich glaube mir das. Aber ich gebe mein Bestes, jeden Tag diese Dinge in die Umsetzung zu bringen. Und ich verliere meine Ziele nicht aus den Augen. Wunderbar. Wow, Patrick. Ich bin total inspiriert, motiviert. Schön. Das freut mich. Ja, wirklich. Kommt sehr viel gute Energie bei dir rüber. So diese Macherkraft auch. Das spüre ich total. Und ich hoffe, ganz viele, die zugehört sind, denen geht es genauso. Und die sind jetzt motiviert, richtig anzupacken und ihr Leben umzukrempeln in den Punkten, wo sie nicht zufrieden sind, wo sie noch mehr aus sich machen können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt in der aktuellen Zeit, dass wir viel transformieren dürfen, wirklich in unsere Kraft kommen und das in die Welt bringen, wofür wir hier sind. Komplett authentisch und ehrlich. Und ich finde, du liebst das zu 100 Prozent vor. Dafür Respekt. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, deine Weisheit mit mir geteilt hast und ganz vielen Zuschauern. Und so auch dein Licht weiter tragen kannst in die Welt hinaus. Dankeschön. Auch dir alles Gute mit deiner Plattform. Du bist ja den richtigen Weg bereits gegangen. Egal, wo es endet in fünf Jahren. Weiß ich auch nicht, was ich in fünf Jahren mache. Aber es geht darum, Schritt für Schritt in seine wirkliche Power zu kommen, in seine wirkliche Kraft zu kommen und diese Dinge nach und nach umzusetzen. Ganz klein. Ich habe es nicht anders gemacht. Und es geht. Es funktioniert. Glaubt bitte an euch selbst. Das ist das Allerwichtigste. Habe den Mut und das Vertrauen in dich. Viel mehr brauchst du nicht, um das Leben zu gestalten. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid von Conscious Love bewusst im Gespräch. Und dann wünsche ich euch noch einen guten Ausgang, einen bewussten Nachmittag und Abend. Und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Tschüss. Tschüss.